Ich wurde 1966 in Dresden geboren. Hinter der Mauer. Oder davor. Also je nachdem, von wo man guckt. Doch das verrückte Huhn war eigentlich meine Mutter. Der ganze alte Radiokratt von Mutti. Original. Was? Interview Mick Jagger. Münster 1965, da war die Hohne zu. Kein Schwein kam da drüber. Was erzählt man da seinem Kind? Also seit wann kann Mutter Englisch? Was macht die im Westen? Wo ist die denn her? Aus dem Keller. Was für eine Story. Also ich geh uns jetzt mal einen Kaffee machen. Aber wenn Mutti nicht mehr reden kann und Fadi dicht macht, muss ich eben selber suchen. Aber sowas hatte ich auch. Als man dort mitgemacht hat. Beim Bums-Verein. Das ist meine Mutter. Wo? Hier. Immer muss das ja rausfinden. Da sagt sie, dass sie die Nacht hier mit ihm verbracht hat. Das sieht nach Gewitter aus. Ich bin der Sohn von Mick Jagger. Alter, hör doch auf. Unfassbar. Hier ist meine Mutter gewesen. Mit diesen Stones. Glaubst du nicht, dass du dich da irgendwie bisschen in was reinsteigerst? Meinst du, der Jagger merkt sich die Namen von seinen Fröschen? Also pass mal auf. Also jetzt. Ist das auch ein bisschen peinlich, aber ihr könnt den aus Quatsch ja mal fragen. Hey Mick, das ist Flake von Wemstein. Ich weiß auch nicht, was Olaf auf Englisch heißt. Da arbeiten sie immer nach einer Übersetzung. Auf Wiedersehen.